bringt er gleich drei Rekorde mit, den Höhenrekord, den Geschwindigkeitsrekord und den Dauerflugrekord im Pendelflug. Schulz, hier beim Messen des Windes, sprach nicht viel. Er überraschte gern. Am letzten Tag des Wettkampfs startet er bei stürmischem Wetter mit der Westpreußen vom Predin bei Rossitten und fliegt nach Norden, bis ihn die ahnungslose Wettbewerbsleitung aus den Augen verliert. Als man nach zwei Stunden besorgt einzelne Poststationen anruft, um sich zu erkundigen, ob die Rote Westpreußen dort gesichtet wurde, hat er die litauische Grenze schon weit hinter sich gelassen. So ganz einfach war die Sache nicht, schrieb er später in seinem Flugbericht, denn Richtung Memel stehen die Dünen manchmal nur auf dem Papier, an den nur ein bis acht Meter hohen Vordünen ist die Aufwindzone dermaßen schmal, dass sich bei meinem Flugzeug der verschiedenstarke Aufwind heftig bemerkbar machte. Eisern flog ich diesmal über die Mastbaumspitzen, wenn's auch manchmal gruselte. So blieb ich schön sauber an der Hangkante, denn beim Flug nach Kranz hatte ich den Fehler gemacht, anstatt über die Mastbäume, der an die Düne gezogenen Kähne hinweg zu gehen, vor diesen entlang zu fliegen. So war ich gleich aus der Aufwindzone heraus und musste mich sehr beeilen, um wieder Anschluss an den Hangaufwind zu bekommen. Bald wurden die Dünen aber immer niedriger. Bei Nitten wurde es schon sehr schwül. Hinter dem Mastenwald von Preil war ich auch meine Konkurrenten Maxe, genannt Kegel Laubenthal und Bubi Nehring, losgeworden. Denn jedem war hier die Spucke ausgegangen. Das Loch erschien mir endlos lang, ich schätze auf gute vier Kilometer. Zum Glück war der Wind stark. Er erzeugte so viel Aufwind, dass ich die Maschine gerade eine Handbreit über dem Boden halten konnte. Wenn es mal zwei Handbreit waren, atmete ich auf. Was will man bei einer Dünenhöhe von ein bis zwei Metern? Nach stundenlangem Nervenkitzel und höchster Konzentration muss Schulz seinen Vogel dann 40 Meter vor der Südmole des Memeler Tief bei Sandkrug auf den Strand setzen. Nach über 60 Kilometern gerade Ausflug. Das war absoluter Streckenweltrekord. Als im Geschäftszimmer der Flugschule Rossitten nach bangen Stunden des Wartens endlich der Fernsprecher schrillt und Schulz' glückliche Landung beim Memel gemeldet wird, bricht im Fliegerlager der Jubel los. Im Oktober 1927 erzielte Schulz mit 550 Metern einen neuen Höhenrekord. Zu diesem Zeitpunkt hatte er sämtliche Segelflugweltrekorde inne, was bis heute nie wieder einem einzelnen Segelflieger gelungen ist. Ferdinand Schulz, der fliegende Lehrer aus Ostpreußen, war zum Idol der flugbegeisterten Jugend geworden. Einer dieser flug- und technikbegeisterten jungen Leute war Julius Hattry aus Mannheim, der spätere Konstrukteur des ersten Raketenflugzeuges der Welt. Er war schon als Schüler 1923 auf eigene Faust auf die Wasserkruppe gefahren, um den ehemaligen Weltkriegsfliegern bei ihren Segelflug-Experimenten zuzusehen. Und da war auch Udet, der hat gesehen, was ich da mache und dass ich da so eifrig mich betätigte und da fragte, na, willst du auch mal später fliegen? Und da habe ich spontan geantwortet, ich will nicht später, ich möchte gleich fliegen. Und dann hat er sich so mit mir unterhalten und hat erfahren von meinen Ski-Erfolgen und dass ich also Skispringer bin und gewohnt bin, in der Luft zu sein, dass mir das nicht fremd ist. Und daraufhin meinte er, man könnte es erst wagen und hat den Inhaber der Weltensegler GmbH, Herrn Steinmetz, animiert und hat gesagt, lass doch mal den jungen Mann einen kleinen Hupfler machen mit einem Hängekleider. Und das habe ich also absolviert und das ging sehr gut und hat mir sehr gefallen. Das war 1923. Es sollte jedoch noch vier Jahre dauern, bis Julius Hattry, mittlerweile Maschinenbaustudent, schließlich zu einem Segelfluglehrgang nach Rossitten kam, wo er den ganzen Sommer blieb. Also Rossitten war zu der Zeit 1927 schon sehr komplett. Es gab zwei große Flugzeughallen, die sehr anständig aufgebaut waren und viel Platz auch hatten. Zumindest für den Flugzeugpark, der dort vorhanden war, der war ja nicht zu zahlreich. Und zwischen diesen beiden Hallen gab es eine Montagehalle, wo die Werkstatt drin war. Es gab dort festangestellte Schreiner und Schlosser, ein Schlosser. Und im Gegensatz zu diesen technischen Bauten war das Wohnhaus und Kantine relativ beengt. Wir haben in Schlafsälen auf primitiven Strohsäcken, also zwar Bettgestellen, aber mit Strohsack war das nur als Unterlage. Keine richtigen Matratzen. Gemeinsam, ich weiß nicht mehr wie viel, aber auf jeden Fall sechs, acht Leute in einem Saal jeweils. Und nur die Fluglehrer hatten ein Einzelzimmer. Es wurde früh aufgestanden in Rossitten, um möglichst schon, wenn sich das erste Lüftchen regte, auf der Düne zu sein. Und dann mussten wir ja die Flugzeuge oftmals von den Hallen weg bis rauf auf die Düne tragen. Da wurde unter das Flugzeug zwei Querhölzer gespannt, wo dann links und rechts mehrere Männer das trugen. Zum Teil hat man es dann auch gezogen im Sand. Und es war sehr komfortabel, wenn wir ab und zu mal ein Pferd hatten, das das Flugzeug ziehen konnte. Aber zum großen Teil haben wir die Flugzeuge selbst getragen zum Start. Und nach jedem Flug musste man es ja wieder von unten auf die Düne rauftragen. Ich habe dann in einer Woche schon meine A-Prüfung gemacht und kurz darauf die B-Prüfung. Und C-Prüfung konnte man erst ablegen, wenn Ostwind ist. Weil man nur bei Ostwind, der übers Haft kommt, Aufwind auf der Steilseite der Düne hat. Nach der anderen Seite, zur Seeseite, fällt die Düne flach ab. Und da ist es sehr geeignet zur Anfängerschulung für Gleitflüge. Und beim ersten Ostwind wurde ich sofort eingesetzt und habe dann sofort meine C mit 15 Minuten, wurde damals Minimum gefordert, mit über 15 Minuten Flug gemacht. Und da ich da so talentiert war, hat man mich anschließend sofort, wie der Lehrgang beendet war, nach vier Wochen hat man mir angeboten, Ich kann also ohne irgendeine Gebühr bezahlen zu müssen, für Essen und so weiter, da bleiben, wenn ich als Fluglehrer mich betätigen möchte. Und dann hat man mich bis Ende der Saison als Fluglehrer eingesetzt. Neben den beiden hauptamtlichen Lehrern Otto Arndt, hier links im Bild, und Erich, genannt Ete Lorenz. Schulleiter war seit Gründung der Schule und noch bis 1935 Rittmeister AD Paul Franz Röhre, der im Ersten Weltkrieg Flugzeugbeobachter gewesen war. Ritter Röhre, wie sie ihn in Rossiten nannten, war allseits sehr beliebt und zierte 1931 sogar das Titelblatt einer Illustrierten. Untertitel Raubvögel als Fluglehrer Nach Rossiten bin ich dann zurückgekommen, durch Ausschreibung eines Wettbewerbs, da nannte sich Preisfliegen Rossiten 1908 auf 1929. Und da waren ausgeschrieben, fliegerische Preise für Höhe, Dauer, Länge und so weiter, das Übliche. Und außerdem ein technischer Wettbewerb. Man sollte ein Wassersegelflugzeug konstruieren, weil oftmals vorkam, dass bei Ostwind, wenn ein Segelflieger aus Angst in Leewind zu kommen, also aus Angst zu weit zurückzukommen von der Düne, wo man, wo dann ja Leewirbel sind, die sehr gefährlich sind und eventuell tödliche Abstürze verursachen können, sich zu weit hinaus wagt vor die Düne, dass er aus dem Aufwind herauskommt und dann kann er unter Umständen gar nicht mehr zurückfinden in den Aufwind und musste im Wasser landen. Und aus diesen Gründen war das, war wohl die Ursache, dass man ein Wassersegelflugzeug konstruiert haben wollte. Und das habe ich gemacht mit Erfolg und das wurde prämiert. Als ich nach Sitten kam mit meinem Flugzeug, waren 40 Grad kälte und ich flog auch bei dieser Kälte. Und da war alles zugefroren. Ich konnte also gar keine Anwasserung im Haft machen. Ich hätte es an einer wasserfreien Stelle auf der Seeseite machen können. Das hat man aber abgelehnt. Man wollte das nicht riskieren. Ich habe dann später, nachdem der Wettbewerb rum war und wie ich mein Flugzeug dann abholte, habe ich dann erstmals Landungen oder Anwasserungen machen können mit dem Flugzeug. Das war im Frühjahr 1929, dem Jahr, in dem Ferdinand Schulz verunglückte. Seit einiger Zeit war für die Deutschen auch der Motorflug wieder freigegeben worden. Natürlich war Schulz als einer der Ersten mit dabei. Der in Marienburg gegründete Westpreußische Verein für Luftfahrt kaufte sofort eine Sportmaschine und Schulz wurde Chefpilot. Mit der knallroten Marienburg vollführte er gewagte Loopings und Kunstflugfiguren. Eine Sensation war es, als er bei einem Schaufliegen in Marienburg unter den beiden Nogat-Brücken hindurchflog. Bei einer lichten Höhe von ca. 8 Metern ein nicht ganz ungefährliches Unternehmen. Zumal in der freien Luft zwischen den beiden Brücken die Maschine vertikal versetzt werden konnte. Heute steht nur noch eine der beiden Nogat-Brücken, die Eisenbahnbrücke. Von der südlichen Brücke sind nur noch die Pfeiler zu sehen. Geübt hatte Schulz für dieses Kunststück, indem er auf dem Elbinger Flugplatz durch einen leeren Hangar geflogen war. Ferdinand Schulz war allerdings kein bedenkenloser, tollkühner Waagehals, sondern war von tiefer Gläubigkeit erfüllt. Während seines Dienstes in Rossitten fuhr er jeden Sonntag mit dem Fahrrad über die sandige Nährungsstraße nach Kranz zum Gottesdienst. Jedoch nur zwei Jahre nach seinen Rekordflügen über der kurischen Nährung und seinen aufsehenerregenden Motorkunstflügen ereilte ihn das Schicksal seines Vorgängers und Vorbildes Otto Lilienthal. Am 16. Juni 1929 kreisten Schulz und Co-Pilot Bruno Kaiser über Stuhm, um anlässlich der Einweihung eines Denkmals zu Ehren der im Weltkrieg Gefallenen auf dem Bismarckplatz vorm Landratsamt der kleinen Kreisstadt einen Kranz abzuwerfen. Auf dem Platz des gefallenen Denkmals steht heute ein polnisches Denkmal aus kommunistischer Zeit mit der Aufschrift 1945. Aus der Luft gut zu erkennen ist die Deutschordensburg am Seeufer und unterhalb des Marktplatzes die katholische Kirche. Über dem Marlewitzer See flog Schulz einen Törn, um das Denkmal dann im Sturzflug zu umkurven. Da brach plötzlich unter lautem Knall eine Tragfläche weg und schlug das Höhensteuer ab. Die Maschine begann zu trudeln, dabei brach die andere Tragfläche ab. Der Rumpf mit den beiden Insassen sauste wie eine Rakete auf die Stadt zu und zerschellte auf dem Marktplatz. Zum Entsetzen der glücklicherweise auf der anderen Häuserseite versammelten etwa 1000 Einweihungsteilnehmer. Beide Insassen waren sofort tot. Genau an der Absturzstelle wurde später ein Gedenkstein für Ferdinand Schulz und seinen Fliegerkamerad Bruno Kaiser errichtet. Die Häuser im Hintergrund existieren nicht mehr. An der Stelle des Denkmals befindet sich heute eine Bushaltestelle. Den Kranz, den Schulz und Kaiser bei ihrer Ehrenrunde über dem Marktplatz abzuwerfen versuchten, legte man vor den im Marienburger Krankenhaus aufgebarten toten Fliegern nieder. Nicht nur Ostpreußen nahm Anteil am Tod des erst 37-jährigen Fliegerpioniers. Ferdinand Schulz wurde nach Heilsberg überführt und auf dem Waldfriedhof beigesetzt. Auf dem Grab des Ikarus von Rossiten setzten 1933 Schulz Fliegerkameraden und Schüler ihrer Meister, der vom Himmel fiel, diesen Gedenkstein. Obwohl deutsche Friedhöfe und Gräber von den Polen in der Regel eingeebnet wurden, ist dieser Grabstein bis heute erhalten geblieben. Ein junges Mädchen, Hedwig Fischer, die am Ende des Krieges als Vollweise in Heilsberg zurückblieb, entdeckte es bei der Pflege des Grabes ihrer Mutter und pflegte es einfach mit. Obwohl sie gar nicht wusste, wer dieser Landsmann mit dem Flugzeugrelief auf dem Grabstein war. Jadwiga Froschek, wie sie heute heißt, sorgte über all die Jahre der Nachkriegszeit dafür, dass der Grabliegeplatz immer wieder verlängert wurde und pflegt das Grab bis heute. Wir filmten es übrigens an Allerheiligen, einem der größten polnischen Feiertage. In Westdeutschland erinnert nur noch eine Ferdinand-Schulz-Allee beim Flugplatz in Oberschleißheim an den ostpreußischen Lilienthal. Auf der kurischen Nährung wurden jedoch auf Initiative ehemaliger Ostpreußenflieger zwei Gedenksteine für Ferdinand Schulz aufgestellt. Einer bereits 1998 in Nitten, dazu später und einer 1999 auf der russischen Seite der Nährung, beim neuen Nährungsmuseum im Wald zwischen Sarkau und Rossitten. Das Museum befasst sich mit der Natur, aber auch der Kulturgeschichte der kurischen Nährung, die von der UNESCO 1998 zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Auch den Segelfliegern von damals ist in dem Museum eine Ecke gewidmet. Die Einweihung des Denkmals für Ferdinand Schulz im August 1999, die übrigens auch den Anstoß gab für diesen Film, kam erst nach langem Ringen mit den russischen Behörden zustande, und zwar mit Unterstützung des Museums, hier die Museumsleiterin, und des Naturparks Kurische Nährung, hier der Leiter. Sowie mit Beteiligung des Aero-Clubs Kaliningrad, hier der Chefpilot Viktor, und auf deutscher Seite der Pilotenvereinigung Wasserkuppel. Der Stein erinnert insbesondere an Schulz' berühmten ersten Dauerweltrekord, den er 1924 mit seiner Besenstielkiste über Rossitten aufstellte. Der gebürtige Königsberger Helmut Birkner, selbst Ostpreußenflieger und bis heute aktiver Pilot, erläutert die Motive für seine Idee zur Errichtung des Gedenksteins. Ich bin ein Liegenthal-Fan, und Liegenthal hat damals gesagt, Fliegen ist völkerverbindend, grenzüberschreitend und völkerversöhnend. Und Ferdinand Schulz hat das ja gemacht, er ist ja als erster über eine politische Grenze geflogen, die damals gerade neu gezogene Grenze, 23, ist sie gezogen worden, und zwei Jahre später ist er darüber weggeflogen, bis zum Memelertief. Das Nährungsmuseum, an dem viele Touristen vorbeikommen, ist gewiss eine bessere Stelle für den Stein, als der verlassene Platz der alten Segelflugschule selbst, nördlich von Rossitten. Die Vogelwiese ist heute völlig zugewachsen, und man muss den genauen Ort kennen, um noch die letzten Fundamentsteine auf der Lichtung im Nährungswald zu finden. Hier standen die Stützpfeiler der Ferdinand-Schulz-Halle. Die Erinnerungen der Ostpreußenflieger, die wir interviewen konnten, stammen überwiegend aus den 30er Jahren, als die Segelflugschule Rossitten bereits durch moderne Schul-, Wohn- und Technikgebäude erweitert und das Segelfliegen geradezu zum Breitensport geworden war. Ein vierwöchiger Kursus kostete 1929 150 Reichsmark. Die Ausbildung erfolgte bis zum deutschen Segelflugschein C. Rund 30.000 Segelflieger sind im Lauf der Jahre in Rossitten ausgebildet worden. Die Schüler kamen aus dem ganzen Reich und auch aus dem Ausland. Der starke Zuspruch machte es sogar erforderlich, in Pilkoppen ein Außenlager mit weiteren Hallen für mehrere Schulflugzeuge zu bauen. Wie bekam man einen solch begehrten Lehrgangsplatz in Rossitten? Man konnte eigentlich selbst gar nicht so wählen. Man meldete sich und dann bekam man einfach eine Vorladung. Du gehst da und dahin, weil wahrscheinlich der eine oder andere Kurs nicht genügend belegt war und dann wurde man dorthin transportiert. Ich hatte mich eigentlich nicht nach Rossitten gemeldet. Ich hatte mich eigentlich nach Sylt gemeldet und kam nach Rossitten. Und wie sah die Anreise aus? Wenn man von Königsberg nach Rossitten wollte, gab es mehrere Möglichkeiten. Die eine war die offizielle, die aber nur für die Segelflieger gestattet war. Da konnte man über Kranz, Sarkau, über die Näherung bis Rossitten fahren. Das war für normale Autofahrer verboten. Die Straße hörte in Sarkau auf und war für den Rest gesperrt. Die meisten, die nach Rossitten gefahren sind, mussten mit dem Schiff fahren. Das heißt, auf dem Nordbahnhof in Königsberg stiegen sie in den Zug, der nach Kranz fuhr. Der hatte meistens ein Waggon angehängt nach Kranzbeek. Von Kranz bis Kranzbeek waren es vielleicht fünf Kilometer. Es wurde im Kranz umgestellt. Es kam eine kleine andere Lokomotive vor diesem Wagen. In Kranzbeek wurde man dann ausgeladen und ging aufs Schiff. Und das Schiff legte er an, zuerst in Sarkau einmal und dann in Rossitten, später noch in Pilkoppen. Allerdings war da kein Landungsstich. Da wurde man ausgebotet mit so einem kleinen Kurenkahn. War sehr interessant, wenn es mal ein bisschen windig war. Und die nächste Anlegestelle war dann Nidden und später noch Schwarzort. Ja, das war's. Als Schofenhauer 1938 nach Rossitten kam, herrschte gerade kein ausreichender Wind für die fortgeschrittenen Schulung, sodass die Lehrgangsteilnehmer anderweitig bei Laune gehalten werden mussten. Das erste Angenehme war, dass wir in einem Doppelsitzerflugzeugschlepp zunächst einmal hochgeschleppt wurden, ich glaube, auf 400, 500 Meter, und uns von dort aus dieser Höhe die Dünen ansehen durften. Das war das erste tolle Erlebnis. Das habe ich an keiner anderen Segelflugschule erlebt, aber Rossitten war dafür eben prädestiniert. Ja, und dann begann eigentlich der Betrieb. Wichtig war, dass der Sand uns natürlich zunächst einmal zu schaffen machte. Es war Sommer, es war August, und so waren wir fast unbekleidet, aber in den Schuhen war immer wieder der Sand drin. Barfuß konnte man nicht laufen, das wäre unmöglich gewesen. Wenn man heute jemandem erzählt, dass man vielleicht am Tage nur einen einzigen Start hat, und muss den ganzen Tag über für andere Leute nochmal das Fluggerät nach oben bringen, und es ist eine Gruppenarbeit, und das ist das Schöne daran gewesen, was man sicher heute nicht mehr hat. Es werden ungefähr zehn Leute gebraucht, um einen Flugbetrieb abzuwickeln. Und bei den Dünen ist es ja so, wenn man die Flugzeuge raufschreibt, gehen ja drei Schritte rauf und zwei wieder zurück. Also es ist eine ziemlich mühselige Angelegenheit, die man heutzutage keinem Sträfling zumuten würde. Also was da an Arbeit und Arbeitsleistung vollbracht wurde. Wenn man einen längeren Gleitflug machte, dann standen Gleitfluglehrerassistenten zu alle 50 Meter am Hang und hatten eine Flüstertüte. Denn wir hatten ja keine Funkgeräte und keine andere Möglichkeit der Verständigung. Das Flugzeug wurde in Startrichtung Gegenwind aufgestellt. Hinten waren drei bis vier Personen, die das Flugzeug hinten am Schwanz festhielten. Deshalb waren da zwei Doppelseile, die hinten aus dem Heck rausguckten. Dann vorne saß ja der Schüler, irgendwie auf einem Küchenstuhl. Ein Gleitfluglehrerassistent hielt die Tagfläche. Der Fluglehrer stand neben dem Schüler und gab ihm seine Anweisungen. Dann ging die Startmannschaft, ging dann in Stellung vorne, wo das Seil einjagt. Und je nach Entfernung, die erreicht werden sollte, oder Höhe, die erreicht werden sollten, waren dann drei, fünf oder sieben Leute an jeder Seite, die dann das Seil einem Spitzenwinkel auszogen, sodass in der Mitte Platz genug blieb, dass das Flugzeug über die Köpfe der Startmannschaft dann den Hang runtergeglitten ist oder eben den Aufwind suchte und dann parallel zum Hang in einen Segelflug überging. Günter Brilla aus Königsberg, den wir beim Nährungsmuseum in Saarkau am Haffufer interviewen konnten, machte in Rossitten seinen ersten Lehrgang. Ein besonderes Erlebnis war natürlich für den Anfänger, vor allem beim ersten Start, die Beschleunigung und die Tatsache, dass man praktisch nur mit einem etwas kräftigen Besenstiel oder dünnen Holzkasten, auf dem der Sitz festgemacht war, von der Erde getrennt war. Man hatte das Gefühl, man fliegt also fast frei durch die Luft. Und bei 60, 80 Metern ist das jedenfalls am Anfang ein umwerfendes Erlebnis. Diese Aufnahmen stammen übrigens nicht aus Rossitten, sondern von der Wasserkuppe. Das Fliegen in Rossitten ist technisch ganz anders. Da der Wind einen ja versetzen will, wegtreiben will, muss man schräg gegen den Wind fliegen praktisch. Also man muss einmal eigentlich entlang der Hangkante fliegen, kann das aber nicht parallel, weil der Wind einen versetzt, sodass man immer schräg fliegt. Und dann, wenn man kurvt, macht man nur etwa eine Drehung von 90 Grad und auch wieder schräg dann nach der anderen Seite. Manfred Budnowski aus Königsberg, der in seiner Jugend im Flugzeugmodellbau einen deutschen Rekord aufstellte, erläutert uns die Prüfungsfolge bei der Segelflieger-Ausbildung. Also die Ausbildung bei Segelfliegern lief normalerweise über drei Prüfungen. Wer dann Zeit und Gelegenheit hatte, konnte noch mehr machen. Die erste Prüfung war die A-Prüfung. Das war eine, man kriegte eine blaue, runde Anstecknadel mit einer Möwe darauf, einer weißen Möwe. Die Bedingungen für die A-Prüfung waren fünf Bedingungsflüge, jeweils geradeaus, Gummiseilsstart geradeaus, mindestens 20 Sekunden, einwandfreier Flug. Der Prüfungsflug selbst war praktisch das gleiche, bloß 10 Sekunden länger, also 30 Sekunden geradeaus, gute Landung, einwandfreier Flug. Die B-Prüfung umfasste dann schon Kurvenflug. Man musste jeweils eine Rechts- und eine Linkskurve fliegen, 90 Grad. Einwandfrei musste natürlich alles sein, also man durfte da nicht irgendwie schief fliegen oder wackeln oder so. Und eine einwandfreie Landung war auch selbstverständlich. Bei der C-Prüfung, die wurde dann schon im Gunau-Baby durchgeführt, da musste man Vollkreise fliegen, ein Rechts und ein Links. und ich weiß nicht genau, ich glaube zwei oder fünf Minuten Flugzeit haben, wobei jeder Flug über eine Minute zählte. Darüber hinaus gab es die sogenannte Silber-C. Das war was sehr Schönes. Da musste man einen Fünf-Stunden-Flug erledigen und einen Flug 50 Kilometer über Land. Die Silber-C ist zu meiner Zeit von niemand geflogen worden, soweit mir bekannt ist, weil es verboten war, im Krieg mit Segelflugzeugen 50 Kilometer über Land zu gehen. Dazwischen, zwischen C und Silber-C gab es den sogenannten Luftfahrerschein für Segelflugzeugführer. Die Bedingungen waren zwei Flugstunden, zusammengezählt aus allen Flügen über zwei Minuten. Dann gab es die etwas erweiterte Form mit Flugzeugschlepp. Wir hatten damals in Rossitten ein sogenanntes Beuteflugzeug, das war eine Moran, geflogen wurde, die von dem Fluglehrer Vinor. Ich glaube, es waren mindestens fünf Flüge über jeweils fünf Minuten hinter dem Motorflugzeug ausklinken und dann nach dem Ausklinken jeweils noch fünf Minuten fliegen. Hier sehen wir einen Siegerpokal mit eingearbeitetem Abzeichen der C-Prüfung. Drei Möwen auf blauem Grund. Für die bestandene A-Prüfung gab es eine, für die B-Prüfung zwei Schwingen. All diese Abzeichen wurden ab 1931 weltweit übernommen und gelten auch heute noch. Es ging den jungen Leuten, die nach Rossitten kamen, aber nicht nur um die Prüfungen und die Leistungsabzeichen. Mitreißend war vor allem das Gemeinschaftserlebnis. Das war natürlich so, nicht wahr, dass ich alles andere vergessen habe in dieser Zeit. Von Minute an ist man dabei und bewegt sich dann im Kameradenkreis und hat so viele Aufgaben zu erfüllen, dass man alles andere vergisst. Aber nicht nur der überaus anstrengende Flugbetrieb nahm die jungen Segelflieger in Beschlag. Zwar war man abends nach der schweren Arbeit in Sonne und Wind so erledigt, dass man in der Regel nur noch wie tot ins Bett fiel. Doch nicht immer war das Wetter für eine Schulung von früh bis spät geeignet, sodass es auch neben der Ausbildung Gelegenheit gab zu gemeinschaftlichen Unternehmungen oder einem Ulk in den Dünen. Hier sehen wir ein improvisiertes Beduinenschauspiel in den Dünen. Also viel Gemeinsamkeiten, Freizeitbeschäftigung oder so gab es nicht. Manchmal, wenn es nicht so hart war, sind wir an die See gegangen und haben mal ein Bad genommen. Im Haff habe ich komischerweise nicht gewartet. Ich weiß nicht warum. Auch die anderen Segelflieger mieden das Haff zum Baden. In der See war es schöner. Mir ist Folgendes passiert. Ich bin mit noch einem Kameraden in die Ostsee herausgeschwommen. Und wir waren gute Schwimmer und kamen nicht wieder zurück. Das hatte man uns nicht gesagt, dass der so gewaltig ist, dass man da die Kräfte verliert und eventuell natürlich draußen bleibt. Wir haben es geschafft, weil wir nochmal eine Sandbank gefunden haben und dann konnten wir uns erholen und kamen dann wieder an Land. Da wir alle Jungs waren, waren wir nahtlos braun von oben bis unten. Nur in einem Punkt, nicht wahr, mussten wir uns dann anziehen. Es kam die deutsche Kunstflugmeisterin, Liesel Zangenmeister. Und das ist auch noch eine Erinnerung, denn das war ja außergewöhnlich, dass wir uns dann angezogen haben. Es gab in Rossitten allerdings durchaus auch Lehrgänge für Segelfliegerinnen. Besagte Liesel Zangemeister, eine Königsberger Medizinstudentin, war eine dieser Amazonen der Lüfte, so der Untertitel dieses Fotos. Zangemeister stellte im April 1935 in Rossitten einen Damenweltrekord auf. Knapp 13 Stunden segelte sie über dem Predin. Vorher hatte Hannah Reitsch im August 1933 in Rossitten im Grunau-Baby anlässlich von Filmaufnahmen einen 10- sowie einen 11,5 Stunden Rekordflug gemacht. Das Grunau-Baby, benannt nach dem bedeutenden Segelflugort Grunau im Riesengebirge in Schlesien, war damals in Deutschland das gebräuchlichste Übungsflugzeug und wurde in Rossitten für die C-Prüfung eingesetzt. Liesel Zangemeister, die übrigens noch im selben Jahr ihres Weltrekordes, 1935, als Mitfliegerin bei einem Absturz ums Leben kam, flog ihren Rekord in der von ihr selbst verbesserten Schulmaschine Bo-Ro-Ass, dem Boots-Rossitten-Ass, wobei Ass für Ausbildungssegelflugzeug steht. Was die Typen, die Segelflugzeugtypen angeht, ist das älteste, das ich noch geflogen habe, der Zögling gewesen. Die Weiterentwicklung führte zum Schulgleiter 38, kurz SG 38, sah ähnlich aus wie der Zögling, hatte auch einen Spannturm. Der Rumpf war nur aus Latten zusammengebaut, also nicht verkleidet. Wohl, wenn man mit dem Schulgleiter Windenschlepp machen durfte, dann gab es das sogenannte Boot. Das war eine Verkleidung für den Piloten, damit er sich nicht so einsam fühlte, wenn er da 150 Meter über dem Boden im Freien saß sozusagen. Das war das Boot. Frau Zittenass war eigentlich ein schöneres Flugzeug als der Schulgleiter und zeichnete sich dadurch aus, dass es erheblich empfindlicher war als der Schulgleiter. Der Vorgänger vom Schulgleiter, dieser Zögling, genannt Schädelspalter, war auch etwas empfindlicher. Der Schulgleiter war ein braves Flugzeug, da konnte man bald nichts falsch machen. Mir ist noch in Erinnerung ein kleiner Unfall mit einem Zögling. Der hatte die Landung, wie wir Segelflieger sagten, in etwa drei Meter Höhe schon beendet. Dann kippte er über die linke Tragfläche ab und dann war der so ziemlich Totalbruch. Wir nannten übrigens diese Flieger, die schlecht geflogen sind, Uhrmacher. Ich weiß nicht genau, ich habe mir damals keinen Gedanken darüber gemacht, aber vielleicht liegt es daran, dass der Uhrmacher ja mit der Lupe arbeitet und immer nur kleinste Teile sieht und der Segelflieger ja nur etwas mehr Weitblick haben muss. Vielleicht nannte man diese Bruchpiloten, Uhrmacher deswegen, weil sie sich eben nur die Sicht beschränkt hatten und nicht den Weitblick hatten. Einen Unfall hat es mal gegeben und zwar mit mir. Ich war in der Startmannschaft, ich hatte bereits meine Prüfung und dann der, der fliegen sollte, der hatte den Flügel, und zwar war es jetzt der rechte Flügel, den hat er so weit hängen lassen, dass er in die Startmannschaft hineingerollt ist und ich war der Glückliche, der mit dem Flügel über den Schädel geschlagen bekam. Ich habe jetzt noch eine sichtbare Narbe und eine Knochenverletzung am Auge, die davon herrührt. Und als ich dann nach Hause kam, das erste war von meiner Mutter, du gehst nicht mehr zum Segelfliegen. Oh, das war das Schlimmste. Die Wunde, ich war ganz verbunden, mein Rücken war voller Blut, ja, also das Hemd. Im Krieg erlebte Heinz Butchkau als Lastensegler noch so manche gefährliche Situation, doch ernsthafte Blessuren erhielt er erst in der russischen Gefangenschaft. Viele ehemalige Rossidener wurden später zu Lastensegnern ausgebildet, aber das ist schon ein anderer Film. Ja, ein besonderes Erlebnis aus dieser Zeit ist die Begegnung mit einer Elchmutter und Elchkalb gewesen. Ich habe meinen Start durchgeführt und plötzlich stand vor mir in etwa 30 Meter Entfernung eine Elchkuh mitsamt Kalb. Und wir haben uns wohl gegenseitig erschreckt und angestarrt. Und für mich war das vielleicht beklemmender als für die Elchkuh, weil ich ja die Anweisung hatte, meinen Schulgleicher nicht zu verlassen, bevor die Haltemannschaft für das Flugzeug dann wieder an der Maschine war. Und so ist nichts passiert, außer dass wir uns beäugt haben und die Elchkuh dann nachher mit dem Kalb davon treute. Rossiden war einmalig schön. Wir haben die Korrosionierung erlebt. Wir haben in Rossiden in einem Lokal getanzt. Da waren nette Mädchen da, die uns dann mit der Kutsche wieder zurückbrachten zum Lager. Unterwegs sah man dann auch die Elche. Es war wunderschön in Rossiden und ein einmaliges Erlebnis. Wir verlassen nun Rossiden. Der Prädinenberg nördlich von Rossiden ist nur der Beginn einer langen Dünenkette, die sich mit Unterbrechung in Pilkoppen bis nach Nitten zieht. Bei Pilkoppen hatte die Segelflugschule Rossiden daher noch ein Außenlager. Die Sturzdünen bei Pilkoppen waren weniger gut für die Anfängerschulung geeignet. Dafür umso besser für das Erfliegen der B- und der C-Prüfung. Das Fliegerlager in Pilkoppen wurde daher auch PCBFA genannt, Pilkoppener C- und B-Fabrik. Dort herrschte noch urwüchsiges Lagerleben. Kurt Mathe hat im Rahmen eines Lehrganges in Rossiden in der PCBFA seine C geflogen. Und dann kam der begehrte Ostwind, der das Haft anbläst. Und wir fuhren mit einem Fuhrwerk nach Pilkoppen. Zwei Babys wurden von den Fluglehrern rübergeflogen. Und dann ging es auf den Hang und der Wind blies derartig, dass der Sand einem ins Gesicht peitschte. Wir brauchten nur eine halbe Seillänge. Die Verlängerungseile haben wir gar nicht gebraucht. Und wir setzten uns rein. Der Fluglehrer gab uns die Anweisung, der Hang verläuft etwas muldenförmig. Und dann mit halber Seillänge kamen wir über die Kante, sagen wir mal. Und dann ging es rauf wie im Fahrstuhl. Im Moment waren wir 150, 200 Meter über der Kante. Dann eine Rechtskurve runter zum Dorf. Und vom Dorf wieder eine Linkskurve und zur Ecke der Düne. Und dann ging das so fünf, sechs Mal hin und her. Es war wunderbar. Das hatten wir noch gar nicht erlebt, dass der Wind uns trug, dieses Rauschen des Windes. Und dann leider winkte uns der Fluglehrer einkurvend. Dann mussten wir ins Lee fliegen. Und im Lee geht es ja abwärts, kräftig abwärts. Und dann hat er uns so lange die Fahne gezeigt, dass wir richtig eingekurft haben. Dann mussten wir auf ihn zufliegen. Und kurz vor ihm, so vielleicht 20, 30 Meter vor ihm, haben wir dann aufgesetzt. Wir waren so über, ich glaube, 30 Mann. Jedenfalls von früh bis abends haben wir alle unsere Safe-Rufung geflogen. Pilkoppen lag unmittelbar vor der litauischen Grenze. Wenn man hoch über dem Hang schwebte, dann konnte man nach Nidden hineinsehen und sah dort die litauischen Segelflieger schweben. Die Dünen bei Pilkoppen waren auch der Ort, wo in den 30er und 40er Jahren verschiedene Ufa-Filme gedreht wurden. Der Film »Junge Adler« mit Willi Fritsch zeigt unmittelbar das Leben im Segelfliegerlager. »Junge Adler« mit Willi Fritsch zeigt unmittelbar das Leben im Segelflieger. »Warte, Mannschaft!« »Warte, Mannschaft!« »Warte, Mannschaft!« »Warte, Mannschaft!« »Aus, die Hände!« »Laufen!« »Hier!« »Warte, Mannschaft!« »Na, was sagst du, Bart?« »Der Uhrmacher hat den linken Flügel hängen lassen.« »Theo?« »Ich werde beim Starten ja auf den Wiener geachtet.« »Richtig.« »Gleich, wenn man einen Stoß an den Flügel fühlt, muss man dagegenhalten.« »Gar nicht schlecht.« »Für Quacks in Afrika mit Heinz Rühmann wurden noch 1944 ganze Palmenhaine in den Dünensand gesteckt.« »Sommerwetter. Der Start ist tatsächlich durch.« »Ja, meine Erziehung.« »Komm!« 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 Weitere Filme, die in Rossikne oder Pio Koppen gedreht wurden, waren »Rivalen der Luft« und »Die Wasser von Cannitoga«. »Zufällig war ich als privater Sommerfrischler in Pio Koppen und habe das mitgekriegt. Wasser für Cannitoga.« Da habe ich sogar, die haben auch kleine Häuschen dort gebaut, da brauchten wir in der Filmproduktion. Da hatte ich sogar überlegt, ob ich sowas von denen kaufen sollte, als so eine Sommerresidenz, dass man da drin schlafen könnte. Das habe ich aber dann doch nicht gemacht. Willi Poschmann, der letzte Leiter der Segelflugschule Rossetton, ein gebürtiger Ostpreuse, hatte 1938 bei den Aufnahmen zu dem Uferfilm Frauen für Golden Hill die Aufgabe, mit dem Propeller eines festgebundenen Flugzeugs Wind für einen Sandsturm zu erzeugen. Der Abenteuerfilm spielte im Goldgräbermilieu Australiens. So viel zu Pekoppen. Auch bei Saarkau schließlich, wo die Näherung mit 400 Metern ihre schmalste Stelle hat, gab es kleine Dünen, von denen geflogen wurde, sogar bei Westwind, was in Rossetton etwas problematisch war. Zwei im Sommer meist leer stehende Gebäude der Dünenverwaltung konnten für die Unterbringung von bis zu 50 Flugschülern benutzt werden. Bevor wir auf die kurische Näherung zurückkehren, wollen wir noch die wichtigsten Segelflugplätze und Schulen im übrigen Ostpreußen vorstellen. Willenberg an der Nogat haben wir schon genannt. Weitere bedeutende Plätze waren Korschenruh, 25 Kilometer südwestlich von Königsberg, Palmnicken und die Bernsteinküste im Samenland, sowie Sensburg und Drachenberge im Landesinneren. Auch in Königsberg selbst, genauer gesagt, in Nesselbeck und Neuhausen wurde geflogen. Die Tilsitter hatten mit Weinoten eine Segelflugübungsstelle direkt vor der Tür, wie überhaupt mit Aufkommen des Windenschlepps und des Thermikflugs Ende der 20er Jahre praktisch in jedem größeren Ort Segelfliegergruppen entstanden waren. In Allenstein, Elbing, Glötzen und so weiter. Den Plätzen der Memeler Flieger auf dem nördlichen Teil der kurischen Näherung wollen wir uns am Schluss zuwenden. In Korschenruh, am frischen Haff, flog man bereits seit 1925. Auf der Suche nach einem leichter als Russitten erreichbaren Fluggelände entdeckte der Königsberger Segelflieger Erich Christan, wie Ferdinand Schulz, ein Mann der ersten Stunde und selber Konstrukteur von Segelflugzeugen, die mehrere Kilometer langen Stahlküste des frischen Haffs bei Brandenburg. Hier gab es bei den vorherrschenden West- und Südwestwinden ausgezeichnete Segelflugmöglichkeiten. Für die Anfängerschulung, die in Korschenruh zunächst bis zum A- und zur B-Prüfung geführt hatte, war das Gelände allerdings nicht ganz ideal. Oft gingen die Schulflugzeuge zu Bruch oder mussten im Haff landen. In Korschenruh flog unter anderem eine Studentengruppe der Universität Königsberg mit ihren Flugzeugen. Und ein Student der Albertina vom Hochschulinstitut für Leibesübungen war es auch, der Korschenruh durch einen Weltrekord im Dauerflug über Nacht berühmt machte. Kurt Schmidt, den wir hier rechts im Bild beim Wiederfinden einer verlorengegangenen Schere sehen. Im August 1933 gelang es Kurt Schmidt in Korschenruh im Einsitzer, eineinhalb Tage in der Luft zu bleiben. Genau gesagt 36 Stunden und 36 Minuten. Der bereits erwähnte Willi Poschmann, hier links neben Kurt Schmidt beim Betrachten von Fotos, war damals Leiter der 1931 neu gegründeten Segelfluggruppe Korschenruh und beobachtete den Rekordflug von Kurt Schmidt vom Boden aus. Ja, und dann, als er dort an die Kurve kam, wo er sich ja etwas länger aufhielt bei dem Endred, da rief ich ihn an, hallo Kurt, gratuliere, falsch gesagt. Da habe ich gesagt, Frommens, sieh zu, dass ihr noch einen glatten Lammel macht. Frommens ist uns, wir warten dich. Dann war er mit den Flügeln, das heißt, ich habe verstanden, und dann holt er ganz weit hinten auf und landet an der selben Stelle, wo ich standen war. Besagte Prominenz bewilligte Poschmann noch am selben Tag die Mittel für den Bau der schon seit längerem geplanten Halle, die dann 1934 eingeweiht werden konnte. Aus den idealistischen Anfängen in Scheune und Kuhstall, welche der Gutsbesitzer von Korschenruh als Flugzeughalle bzw. als Werkstatt zur Verfügung gestellt hatte, war eine moderne Segelflugschule des Deutschen Luftsportverbandes geworden. Eine weitere Steilküste, die für die Segelflugschulung und vor allem auch für Dauerflüge genutzt wurde, war die sogenannte Bernsteinküste im Samenland, wo es bei Westwind extrem guten Aufwind gab. Die Partie nördlich von Palmnicken, bekannt durch das große Bernsteinwerk, wurde 1929 als Übungsgelände entdeckt, wiederum von Ferdinand Schulz, der hier im Februar 1929 bei Eis und Schnee einen ersten waghalsigen Testflug unternahm. Das Bernsteinwerk stellte der Segelfliegergruppe, die nun in Palmnicken gegründet wurde, leerstehende Gebäude der Grube Anna am Strand zur Verfügung. Leiter der jungen Gruppe, die sich nun erst einmal ein Flugzeug bauen musste, war der Werkmeister des Bernsteinwerks. Heinz Butschkau aus Königsberg flog in Palmnicken seine C-Prüfung. Ich bin gestartet im Gummiseil, Kurve rechts und fliege am Hang lang und fliege so ca. 60 kmh. Und das war vielleicht ein bisschen zu viel, denn meine Maschine stieg nicht, sondern die Maschine sank. Die Hangkante, über der ich fliegen sollte, die wurde immer höher, immer höher und ich kam natürlich immer tiefer und immer tiefer. Und irgendwann müsste ich ja jetzt die Kurve links herum machen, um wieder an den Startpunkt zurückzukommen. Aber als ich fertig war mit der Kurve, da war ich so dicht am Strand und so tief am Strand, dass ich mir ausmalte schon, wie wird das sein, wenn ich jetzt im Sand lande. Aber da ich jetzt den Wind von vorne hatte, ging es so, dass ich so langsam nach und nach am Hang steigen konnte und immer wieder höher und höher und höher und auf einmal hatte ich dann wieder die Hangkante unter mir. Ich weiß noch, dass meine Kollegen am Start, die haben alle mit gespitzten Ohren gestanden und haben auf den Krach gewartet, denn ich war ja nicht mehr zu sehen von dort. Die haben auf den Krach gewartet und hatten sich vorbereitet, die Trümmer einzusammeln. Und dann auf einmal kam ich an über der Startstelle und war jetzt King. Ich habe mich gefühlt, wie dann konnte ich ein paar Mal hin und her fliegen und bin dann eingewunken. Dann stellen sich die Flugschüler nebeneinander händereichend hin, dort zu der Zeit und haben gewunken. Und das heißt also landen, einlanden, haben eine glatte Landung gemacht und dann kamen die brüllend an und haben mich verdroschen. Dieses Verdreschen ist ein Ritual bei der Prüfung, aber die haben das so vor Lust gemacht, dass es also wirklich wehtat. In Palmnicken gab es nur einen Schuppen für drei Segelflugzeuge. Es war sozusagen ein Segelflugplatz zum Mitbringen, zum Beispiel für die Königsberger Hochschulgruppe, zu der die Sport- und Biologiestudentin Inge Wetzel gehörte. Ja, es kam eigentlich so, dass ich hatte ja erst in Berlin studiert und dann wurde immer das Ostsemester propagiert. Man sollte nach Ostpreußen, man sollte im Osten studieren. Und weil ich von anderen Kameraden gehört habe, dass in Ostpreußen all der Segelflug ganz groß geschrieben wird, dass dort ja praktisch die Wiege des Segelfluges ist, da wollte ich unbedingt nach Ostpreußen und bin dann nach Königsberg an die Uni gekommen. Also diese Gruppen, diese Segelflugabteilungen waren ein Teil des Hochschulinstituts für Leibesübungen. Und die wurden vom Unterrichtsministerium in Berlin sehr gefördert. Und wir hatten die besten Flugzeuge, wir hatten Windschleppwagen, später dann, vielleicht die ersten Jahre noch nicht, aber in späteren Jahren Windschleppe, eigene Flugzeuge, eigene Werkstatt, einen eigenen Werkstattleiter und einen eigenen Leiter dieser ganzen Hochschulgruppe. Und das war nachher der Reinhold König, immer ein späterer Mann, der dort diese Segelfluggruppe geleitet hat. Also hauptamtlich, das war ein hauptamtlicher Beruf. Reinhold König wurde im Mai 1937 ostdeutscher Segelflugmeister. Hier sehen wir ihn bei der Siegesfeier. Seine Freundin Inge Wetzel kam einen Monat später, im Juni 1937 in Pannnicken, zu noch größerem Ruhm. Irgendwie haben wir mal gedacht, jetzt müssen wir eigentlich mal was machen, wir müssen doch mal was zeigen. Was liegt jetzt an, was bringt jetzt mal was? Und da hieß ich, ah, jetzt so lange hat kein Frauenrekord mehr geflogen, jetzt wollen wir das doch mal machen. Und da ich die Einzige war, die eigentlich dafür in Frage kam, so die anderen Kameraden, die waren halt noch nicht so weit, da habe ich gesagt, ja, ja, das mache ich nicht, eigentlich ohne viel zu überlegen. Und dann ging das alles ruckzuck, ich hatte ja gesagt, dann war der Wind da und dann musste ich. Ja, ach, mehr oder weniger. Dann sind wir halt da rausgefahren abhängig, die ganze Vorbereitung, das war schon etwas aufwendig. Und dann wurden das natürlich Abende, da sagten wir, na ja, also warum nicht, man kann ja auch die Nacht durchfliegen. Und das war natürlich vielleicht das größte Erlebnis, was die Häutchen, super Segelflieger, die die riesen Strecken fliegen und so, aber mal die ganze Nacht durch, oben in der Luft zu sein, das ist schon ein Erlebnis. Am Meer sah man die Brandungswellen, die dann ja auch hell leuchten und es wurde ja niemals so richtig dunkel. Außerdem haben die Kameraden dann so Feuerler angezündet unten am Strand. Das war die Steilküste, dann kommt ja gleich der Strand, haben sie Feuer angezündet, wo sie dachten, da könnte man gute Wendemarken machen. Und dann war es eigentlich ganz spannend und war schon ein großes Erlebnis. Nur gegen Morgen, da wurde es dann schlimm, wenn die Dämmerung kam und da wurde es so schrecklich langweilig. Und dann kam aber noch ein Freund mit einem anderen Flugzeug und der hat mich dann noch ein Stückchen begleitet, aber dann wurde der Wind immer schwächer und immer schwächer und na ja, da musste ich hier dann doch entschließen zu landen. Früher hatte man mir allerdings schon hochgerufen, mit Megafon, also der Rekord ist überboten. Da dachte ich, na ja, da kann ich ja auch mal wieder landen. Ja, da kam alles angeströmt. Die meisten waren ja oben am Hang, die mussten ja erstmal runter marschieren, an den Strand runter. Aber ein Freund, der schon geahnt hat, dass sie nicht landet, der kam als Erster anmarschiert. Da wurde ich groß begrüßt und so und dann kam halt die Presse und dann kam der Direktor vom Hochschulinstitut, der hat sich inzwischen auch schon eingefundet, hat sich dann schon rumgesprochen, dass da jetzt was passiert. Und da kam dann auch noch und dann kam die Presse, na ja, wie es dann so üblich ist, dann wurde das mal erzählt und gratuliert und so weiter. Inge Wetzel hatte mit 18,5 Stunden den Damen-Weltrekord im Dauerflug aufgestellt und damit den bereits erwähnten Rekord von Diesel Zangemeister, geflogen in Rossiten 1935, überboten. Ja, ich war schon eigentlich stolz darauf, dass ich es geschafft hatte und ich war schon ziemlich mühen. Ich habe mir erst mal schlafen gelegt, aber schlafen konnte ich nicht, wenn ich noch so aufgeregt war. Mit der Bernsteinküste verbunden ist doch ein anderer sensationeller Dauerrekord. Bei Brüsterort brachte es Ernst Jachtmann im September 1943 fertig, ganze 55 Stunden und 51 Minuten allein im Einsitzer seine Bahnen zu ziehen. Also zwei volle Tage und Nächte plus acht Stunden. Wir hatten das Glück, dass wir da Jachtmann begleiten durften, um ihn ein bisschen abzulenken, damit er nicht einschläft auf der langen Tour. Wir hatten das Grunau-Baby da und sind mal über ihm, mal unter ihm geflogen und haben ihm was zugerufen. Erst 1952 erhöhte der Franzose Charles Adger auf den bis heute gültigen Weltrekord von 56 Stunden und 15 Minuten. Seither sind Dauerflüge dieser Art als zu unverantwortlich aus den Wettbewerbsdisziplinen verbannt. Der Ruf, die Heimat des Dauersegelflugs zu sein, kann Ostpreußen nicht mehr streitig gemacht werden. Nur noch einer der vielen seiner Zeit von Ostpreußen oder in Ostpreußen geflogenen Rekorde soll hier erwähnt werden. In Rossitten flogen im Dezember 1938 August Bödecker und Karl-Heinz Zander den Dauersegelflug-Weltrekord für Doppelsitzer. Zwei volle Tage und Nächte verpackten dicke Winterkombinationen, die fast jegliche Bewegung ausschlossen, hintereinander eingepfercht in die Enge eines unbeheizten Sperrholzflugzeuges, flogen Bödecker und Zander in eisiger Kälte zwischen Rossitten und Pilkoppen hin und her, her und hin, bei Nacht nach den spärlichen Feuern ausschauhaltend, die die Strecke entlang der Dünen kennzeichneten. Eine bemerkenswerte physische Leistung, für die die beiden unter anderem mit mancher durchzechten Nacht trainiert hatten. Wir verlassen nun die Küste und begeben uns ins Landesinnere, nach Sensburg, wo 1935, 1936 die nach Rossitten wohl bedeutendste Segelflugschule Ostpreußens entstand. Sie liegt auf der Halbinsel, vier Winden, im Schosssee, die man von Sensburg aus am bequemsten mit dem Ruderboot erreichen konnte. Kurt Mathe, der in Sensburg seine A- und B-Prüfung gemacht hatte und 1941 dort als Gleitfluglehrer tätig war, erinnert sich. Die Segelflugschule Sensburg entstand eigentlich aus einem verwahrlosten Gutshof, denn dieser Berg, dieser Fliegeberg, sagen wir mal, der Kilimandscharo, der im Spitznamen hieß, der ereignete sich ja gar nicht für die Landwirtschaft, der wuchs nicht. Und der Landwirt kam nicht zurecht mit dem Anwesen und da erlaubte er den Segelfliegern dort zu fliegen. Ich glaube, 1933 sind sie das erste Mal dort geflogen. Sie haben sich einen Schulleiter von Ortelsburg gekauft, haben sie den, und damit fingen sie an zu schulen. Und sie haben noch im Gutshof geschlafen. Man hat später den Bauernhof abgerissen und hat eine neue Schule hingebaut. Und ich möchte sagen, das Gelände in Sensburg, das war ausgesprochen sehr gut für den Gleitflug. Der Kilimandscharo war so 50 Meter hoch. Und er hatte einen Osthank, also man konnte bei Ostwind fliegen, er hatte einen Südhank und einen Westhank. Und auf der anderen Seite war eine sehr hohe Böschung, möchte ich sagen, auch 30, 40 Meter hoch, lang gestreckt. Das war der Nordhank. Also man konnte, bei jedem Wind konnte man dort fliegen. Das heißt, wenn er geblasen hat, dann ein Gleitflieger, Segelflieger, da braucht immer einen Wind zum Starten. Einer der bekanntesten Schüler der Segelflugschule Sensburg war der Wal-Ostpreuße und Heimatdichter Kilian Koll, den wir hier auf einem Lehrgang in Sensburg im Herbst 1937 sehen. Er hat der damals noch jungen Segelfliegerschule mit seinem Buch »Die Flügelschlepper«, aus dem die folgenden Bilder stammen, ein literarisches Denkmal gesetzt. Kilian Koll, sein eigentlicher Name war Dr. Walter Blöhm, schrieb zahlreiche Romane, Geschichten und Hörspiele und war Autor der bekannten Novelle »Urlaub auf Ehrenwort«, die 1937 von der UFA verfilmt wurde und den Namen Kilian Koll über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt gemacht hat. Er hatte sich aus Westdeutschland stammend im asurischen Nikolaiken in einem kleinen Haus am See als Schriftsteller niedergelassen. Das Buch »Die Flügelschlepper« schildert humorvoll einen Segelfluglehrgang in Sensburg mit mancherlei drum und dran. Im Krieg war Kilian Koll Kampfflieger. Über England wurde er abgeschossen, konnte sich noch mit dem Fallschirm retten, kam nach Kanada in Gefangenschaft und gelangte per verwundeten Austausch nach Deutschland zurück. Kaum in Nikolaiken angekommen, meldete er sich gleich wieder an die Front, wo er 1945, vermutlich bei den Kämpfen um Frankfurt an der Oder, fiel. Das Buch »Die Flügelschlepper« ist nie wieder aufgelegt worden. Die Segelflugschule Sensburg, die nach dem Krieg noch eine Weile von den Polen weiterbetrieben wurde, beherbergte seit den 50er Jahren eine Polizeischule und steht heute leer. Nur noch ein Gedenkstein, den ein ehemaliger Ostpreußenflieger und gebürtiger Sensburger am anderen Seeufer vor dem Hotel Panoramik aufstellen durfte, erinnert noch an das einstige Treiben auf dem Fliegerberg »Vier Winden«, alias Kilimandscharo. Übrigens wurde im Winter auch auf den zugefrorenen Schosssee gelandet, was es sonst nur noch in Korschenruh auf dem Eis des frischen Hafs gab. Man hatte sogar Versuche unternommen, Segelflugzeuge mit Eisseglern zu ziehen, wie überhaupt das Eissegeln in Ostpreußen eine große Sache war, aber das ist eine andere Geschichte. Zuletzt waren 36 ostpreußische Segelfluggelände bekannt, die wir hier nicht alle aufzählen können. Nur eine der bekannteren Schulen soll noch erwähnt werden, Drachenberge bei Angerab. Von Instaburg kommend ist schon von weitem durch die Bäume der Chaussee nach Angerab der Höhenzug zu erkennen, den zunächst Königsberger Segelflieger 1938 zu ihrem Revier erkoren. Mit dem Kuglinsberg erreicht diese für die entmoränen Landschaft der norddeutschen Tiefebene typische Hügelkette eine Höhe von 166 Metern. Die Schule, von der heute nichts mehr übrig ist, lag in der Nähe des Gutes Drachenberge, unmittelbar an der Chaussee, beim Abzweig nach Nemmersdorf. 1938 entstand hier ein modernes Schulgebäude mit großem Speiseraum, Schulungs- und Schlafräumen und einer Flugzeughalle. Die Instaburger, die nach Drachenberge zur Wochenendschulung kamen, brauchten nur 17 Kilometer zu fahren. Und auch von Gumbinnen aus war die Schule praktisch mit dem Fahrrad zu erreichen. Beide Städte sind vom Bergkamm aus in der Ferne auszumachen. Nach Angerab im Süden, wo es den nächsten Bahnhof gab, sind es acht Kilometer. Eine Strecke, die die mit dem Zug angereisten Schüler damals zu Fuß marschierten. Diese sehr moderne Segelflugschule firmierte offiziell als Segelfliegerlager Drachenberge der Gruppe 1 Ostland des NS-Fliegerkors. Mit dem 1937 gegründeten Nationalsozialistischen Fliegerkorps NSFK war der Segelflug zum wahren Volkssport geworden. Bereits Mitte 1933 hatte man die unzähligen Fliegergruppen und Vereine, die es gab, in dem neu gegründeten Deutschen Luftsportverband DLV gleichgeschaltet. Der traditionsreiche Ostpreußische Verein für Luftfahrt wurde zur Luftsportlandesgruppe des DLV. Der DLV ging dann seinerseits 1937 im NSFK auf, in dem vom Modellflug bis zum Motorflug alle Sparten des Fliegens organisiert waren. Das NSFK, hier sehen wir die ehemalige Hauptstelle des NSFK in Königsberg an der General-Litzmann-Straße, Ecke Beethoven-Straße, unterstand allerdings nicht der Parteileitung in München, sondern dem Luftfahrtministerium. Das Chor stand also der Luftwaffe sehr viel näher als der Partei. Der Gleit- und Segelflug, die billigste Möglichkeit des Fliegens, wurde nun staatlich gefördert, was natürlich auch der Heranbildung von Flugzeugführern für die Luftwaffe diente, wobei allerdings umstritten ist, ob die Vorbildung eines Segelfliegers überhaupt die Ausbildungszeit für Motorflieger verkürzte. Schon mit 14 Jahren durfte sich ein Junge bei der Flieger HJs auf einen Gleiter setzen und seine ersten kleinen Sprünge wagen. Die flugbegeisterte Jugend nahm das Angebot, billig fliegen lernen zu können, natürlich gerne an. Es bestand aber auch überhaupt gar keine andere Möglichkeit, sich in ein Segelflugzeug zu setzen, als über das NSFK. Denn seit 1933 gab es ja keine selbstständigen Vereine mehr. Die Rhön-Ross-Sitten-Gesellschaft war aus finanziellen Gründen bereits 1931, sieben Jahre nach ihrer Gründung, aufgelöst worden. Diese Farb-Dias stammen übrigens aus dem Jahre 1942, von einem Gebietswettkampf der Flieger HJ in Rossitten. Die Vogelwiese diente beim Flugzeugschlepp als Start- und Landebahn. Für die, wie es nun hieß, Reichssegelflugschule Rossitten, hier sehen wir das 1938 gebaute neue Schulgebäude bei der Preisverleihung 1942, hatte die Unterstellung unter das Luftfahrtministerium im Jahre 1936 aber noch eine andere, unmittelbar militärische Bedeutung. Die Schule lag ja mit ihrer Außenstelle in Billkoppen dicht an der Grenze zu dem 1923 von Litauen annektierten Teil Ostpreußens nördlich der Memel, dem sogenannten Memelland, über das die Litauer seit 1926 das Kriegsrecht verhängt hatten und das es zurück ins Reich zu holen galt. Billy Poschmann, dem 1936 zwei Monate vor der Unterstellung der Segelflugschule unter das Luftfahrtministerium die Leitung der Schule übertragen worden war, erläuterte uns die Hintergründe. Aber das war dann schon wieder die militärische Seite, die die Aufrüstung hier im Geheimen vornahm und hier schon die Schulrossitten, die eigentlich nur so eine Holzhütten-Sammlung war, mit massiven Gebäuden als Stützpunkt, Grenzstützpunkt, von dem aus die Grenze sehr schnell erreicht werden konnte. Aber es lief unter dem Namen Reichstegelflugschule. Das war die äußere Täuschung, aber die innere Täuschung war spannend ab, der unterstand nicht mehr den Fliegerkorps, sondern unterstand dem Kommandär des Luftkorts. Als Schulleiter von Russitten war Poschmann auch dabei, als da 1939 nach einem Staatsvertrag mit Litauen das Memelgebiet tatsächlich wieder zu Deutschland kam und infolgedessen auch die Segelfliegerschule in Nitten in Besitz genommen wurde. Poschmann hatte bereits einen Tag zuvor von der Übergabe des Memelgebietes erfahren. Auf eigene Faust fuhr er sofort mit zwei Mann Begleitung im Geländekübelwagen in Richtung Nitten und konnte auch tatsächlich erreichen, dass er von dem überraschten litauischen Grenzposten durchgelassen wurde. So wurde bereits am Morgen des 22. März 1939 ein Tag vor Hitlers Auftritt in Memel die Segelflugschule Nitten übergeben. Nach einem opulenten Frühstück auf der Terrasse des Künstlergasthofs Blode, wozu der Hausherr einlud, fuhren Poschmann und seine Begleiter weiter nach Schwarzort, wo sie stürmisch empfangen wurden, und schließlich nach Memel, wo der Leiter der deutschen Segelfliegergruppe, Bruno Rumpet, schon auf sie wartete. Am nächsten Tag fuhr man zur Memelmündung, um die Einfahrt des endlosen Schiffskonvois zu erleben und wohnte schließlich Hitlers Kundgebung vorm Stadttheater auf dem neuen Markt bei. Der Jubel der Bevölkerung über die Rückgliederung des Memelgebietes an Ostpreußen und Deutschland wird verständlich, wenn man weiß, wie sehr die Deutschen seit der Annexion von der litauischen Hoheitsmacht schikaniert worden waren. So kommen wir nun zu den Memeler Segelfliegern, die bei unserer Geschichte des Segelflugs auf der kurischen Nährung nicht fehlen dürfen. Die Segelfliegerei begann in Memel im Jahre 1931 als ein Ingenieur namens Alfred Kubillus im Schaufenster einer Buchhandlung den Bauplan eines Gleitflugzeuges Typ Zögling entdeckte. Mit dem Buchhändler, den bereits erwähnten Bruno Rumpelt und anderen Flugbegeisterten, wurde daraufhin der MSV, der Memeler Segelfliegerverein, gegründet. In einem ehemaligen Pferdestall wurde mit primitivsten Mitteln die Bauskizze umgesetzt und noch im selben Jahr konnte der erste selbstgebaute Schulgleiter des MSV getauft werden auf den Namen Memel, vom Oberbürgermeister höchstpersönlich. Zum Einfliegen der Maschine auf dem Gelände einer Memeler Ziegelei holte die Gruppe einen Heidekruger Flugschüler aus Rossitten herbei, da man selbst keine praktische Erfahrung mit dem Segelfliegen hatte. Durch mehrmaligen Bruch sammelte man mühsam seine Erfahrungen. Der Verein wuchs und schon bald wurden weitere Segelflugzeuge in der Werkstatt auf Stapel gelegt. Auf den flachen Hügeln des alten Memeler Flugplatzes in Rumpischken, den der Verein benutzen durfte, ließ sich jedoch fliegerisch nicht viel erreichen. Ein geeigneteres Fluggelände mit Hangaufwind musste also gefunden werden und man kam dabei, wie sollte es anders sein, auf die Sanddünen der kurischen Nehrung. Zu Pfingsten 1932 wurde der Schulgleiter per Dampfer übers Haft nach Schwarzort transportiert. Der Name dieses idyllischen Nehrungsdorfes deutet auf den dunklen, urwüchsigen Hochwald, den man hier auch heute noch findet. Auf den Dünen südlich von Schwarzort wurde das Gleitflugzeug zusammengebaut und man begann mit der Schulung. Der Flugbetrieb in Schwarzort stellte sich aber nicht als günstig heraus. Es fehlte vor allem eine Unterstellmöglichkeit für das Fluggerät. Nidden kam auch nicht in Frage, denn dort war ja von Litauern aus bereits eine Segelflugschule eingerichtet. Schließlich wurde dem Verein die Forstbaracke in Pervelk zur Verfügung gestellt. Pervelk, das kleinste und einsamste der Nehrungsdörfer, liegt in einem großen Dünenkessel genau zwischen Schwarzort und Nitten auf der Palve. So nennt man auf der Nehrung das zwischen Seedüne und Haftdüne gelegene Gelände. Der bereits baufällige Schuppen wurde nach und nach tadellos ausgebaut. Heute sucht man diese Unterkunft der Memeler Segelflieger vergeblich. Nur Fundamentsteine markieren noch den Ort. Anfangs diente die Forstbaracke auch zum Unterstellen des Flugzeugs, das zu diesem Zweck abgerüstet und am nächsten Morgen nach dem mühselten Transport auf die Düne wieder aufgerüstet wurde. Hier eine Aufnahme aus diesen frühen Jahren in Pervelk. Damals fuhren die Mitglieder im Sommer an jedem Wochenende noch mit dem Fahrrad über die Nehrung nach Pervelk. Insgesamt ein enormer Aufwand, den die eingeschworene Gruppe für ein paar Übungssprünge in den Dünen trieb. Doch nichts konnte die Begeisterung bremsen. Später dann bekam der Memeler Segelfliegerverein ein eigenes Motorboot. Falke, mit dem am Sonnabendmittag mit Geschwistern und Freunden und großem Hallo von Memel nach Pervelk und Sonntagabend wieder zurückgefahren wurde. Auch von der anderen Seite des Hafs kamen manchmal einige Fliegerfreunde aus Heidekrug mit einem Motorboot herüber. In Pervelk konnte man nun auch mit Hilfe von Spenden Memeler Firmen eine Halle, für die mittlerweile drei Segelflugzeuge direkt am Dünenrand bauen. Das war 1936. Die Segelflugausbildung erfolgte autodidaktisch. Das Vereinsleben erstarb in dem Moment, als 1939 der Anschluss an das Deutsche Reich erfolgte. In den letzten Märztagen 1939 fuhr die Memeler Segelfliegergruppe noch ein letztes Mal mit dem vereinseigenen Motorboot zur Näherung. Diesmal nach Nitten, wo die ehemals litauische Segelflugschule nun als Übungsstelle des NSFK Königsberg in Gebrauch genommen wurde. Die Mitglieder des MSV erhielten nun eine richtige Segelflugausbildung und verloren sich bald aus den Augen. Pervelk spielte als Segelflugstelle keine Rolle mehr, denn die hohe Düne bei Nitten bot ungleich bessere Flugbedingungen. Das Borbsbete des Ostens, wie man Nitten wegen seiner Künstlerkolonie auch nannte, wurde zu einem neuen Anziehungspunkt für Segelflugschüler von nah und fern. Der Krieg verhinderte jedoch einen systematischen Ausbau der Schule, sodass das Fliegerlager in Nitten trotz seiner schöneren Umgebung und höheren Dünen nicht mehr so berühmt wurde, wie die Segelflugschule Rossitten. In Nitten war es am interessantesten für Segelflieger, wenn Ostwind herrschte. Da war ja die steil abfallende hohe Düne gen Osten gerichtet und da war ein sehr, sehr schöner Aufwind. Man konnte dann manchmal 30, 40, 50 Meter über den Kamm segeln. Das hatte zur Folge, dass sämtliche Maschinen dann aus dem Schuppen geholt wurden und manchmal sieben, acht und neun Maschinen gleichzeitig an der Hohen Düne segelten. Und einmal hatte wohl einer der Piloten nicht aufgepasst. Jedenfalls an der Wende nahm er die zu kurz und stieß dann mit dem nachfolgenden Flugzeug, das zufällig auf gleicher Höhe war, zusammen. Das gab einen furchterlichen Krach und es flogen auch die Fetzen von Flügeln runter, aber die beiden hatten ein derartiges Glück, dass die eine Maschine hatte höchstens einen Meter von dem Flügelende verloren und war noch steuerbar und landete ganz normal. Die andere musste sich schon etwas anstrengen, sie war auch noch steuerbar und landete, allerdings ein bisschen hart. Den Piloten ist nichts passiert, aber wir waren böse, weil zwei Maschinen ausfielen. Diese Aufnahme zeigt die Segelflugschule Nitten noch zu litauischer Zeit, 1938. Gut zu erkennen ist der Trampelpfad zur Hohen Düne. Die Vordüne ist heute dicht bewaldet. 1998 wurden auf Initiative alter Ostpreußenflieger der bereits erwähnte erste Gedenkstein für Ferdinand Schulz auf der Kurischen Nährung in Nitten auf dem Gelände der ehemaligen Segelfliegerschule errichtet. Dort haben die Litauer zur Erinnerung an die Schule symbolisch einen Stützpfeiler aufgestellt, der den ehemaligen Hangar andeuten soll, sowie einen Gedenkstein mit der Inschrift In den Jahren 1933 bis 1939 wirkte an dieser Stelle eine Segelflugschule des Litauischen Aero-Clubs. Den Gedenkstein der deutschen Spenderinitiative der wegen Ferdinand Schulz grenzüberschreitendem Rekordstreckenflug 1927 von Rossitten nach Memel gerade hier an der heute litauisch-russischen Grenze seinen Platz finden sollte, hat man allerdings ein wenig im Wald versteckt. Hier sehen wir rechts im Bild den Ostpreußen Flieger und Maler Walter Schedor, der den Stein und übrigens auch den Stein in Sensburg entwarf. Links neben ihm der litauische Bildhauer, der den Entwurf ausführte. Lange nach dem Krieg, als die Sowjetunion die hermetische Abregelung Nordostpreußens aufhob, zog es viele der alten Ostpreußen Flieger wieder auf die kurische Näherung an die Städten ihrer schönsten Jugenderlebnisse. Eine solche Reise in die Vergangenheit geht den gebürtigen Ostpreußen naturgemäß besonders nahe. Ich bin noch nicht nach Ostpreußen gefahren. Ich weiß nicht warum. Ich habe Angst. Ich glaube, ich ertrage das bin nicht gefahren. Ich lebe nach Fantasie. Segelflieger scheinen ausgeprägte Individualisten zu sein. Das liegt wohl in der Natur der Sache. Was sie indes alle verbindet, ist die Faszination des Segelfliegens. Wenn man einmal dabei ist, dann wird man süchtig. Das ist wie ein Rausch, den man gar nicht mehr aufgeben will. Das ist das lautlose Fliegen. Das heißt, so lautlos ist das gar nicht, weil es rauscht da oben mit dem Cockpit, wenn ich mal das neue deutsche Wort gebrauchen darf. Aber das lautlose, das gleiten, dass man praktisch sich den Vögeln gleichkommt. So ungefähr. Die haben ja auch keinen Motor. und deswegen ist es das Schöne eben an der ganzen Sache. Und wie gesagt, dann ist es noch etwas, man hat unten kein Fahrgestell, wenn man eine Landung irgendwo vornehmen muss, dann schafft man die auf jedem Feld und ich möchte beinahe übertreiben, in jedem Gemüsegarten, weil man praktisch auf kleinster Fläche mit dem Segelflugzeug landen kann. Der Anreiz des Segelfliegens, wenn man Segelflieger dann ist, das ist, dass man mit relativ primitiven Vorrichtungen das Luftmeer beherrscht und dass man ein Teil des Luftmeeres wird und der Luftbewegungen. Man ist dort oben, man ist alleine, man ist frei und schwebt sozusagen über allem, man schaut von oben herunter auf die Welt und es ist ein ganz eigenes Gefühl. Das kann man gar nicht beschreiben, wenn man das nicht selber erlebt hat. Beim Segelfliegen gibt es Situationen, die ein gewisses Glücksgefühl erzeugen. Einmal dieses gleichmäßige Summen des Windes an der Maschine. Sonst allgemeine Stille, aber nur dieses Rauschen, das auch geeignet ist, ohne dass man auf die Instrumente zu schauen braucht, zu merken, ob man zu schnell oder zu langsam fliegt. Das hört man genau am Thron des Rauschens. Und zum anderen eben, wenn man mal Thermik kriegt, dieses plötzlich, wie wir so schön sagten, unterm Hintern geht es dann hoch. Das ist auch ein einmaliges Gefühl. Manchmal so, wie wenn man im Aufzug sitzt und dann nach oben fährt. Und dann merkt man, dass man im Aufwind liegt, also einen Bacht erwischt hat, wie der Segelflieger sagt, und dann kann man kurbeln, das heißt Vollkreise fliegen und mit jedem Kreis einige Meter höher steigen. Ein wunderschönes Gefühl. Wir mussten früher, wie die reine Hangfliegerei war, mussten wir bei starkem Wind, um möglichst Höhe zu haben vom Hang aus. Und dass man da die Maschine wieder heil runter brachte, das war das Erlebnis. Und das formt auch den Menschen auch die Gefahr, die die Fliegerei mit sich bringt, trotz aller Vorsicht. Und man lebt vorsichtig dann auch, die Gewissenhaftigkeit gehört dazu. Und dann muss ich auch sagen, ohne Überheblichkeit es formt den Menschen, man ärgert sich oder regt sich nicht über Gleichigkeiten im Alltag auf. Das ist das besondere Erlebnis, was man hat. Das ganz besondere Erlebnis des lautlosen Fliegens im offenen Schulgleiter über den Dünen der Kurischen Nährung hat seit damals keiner mehr erlebt. Und wird wohl auch keiner mehr erleben. Denn das Fliegen in den Dünen ist heute aus Naturschutzgründen unangebracht. Es wäre aber auch überhaupt nicht sinnvoll, in Rossitten den Segelflug wieder zu beleben, da die Zeit der Gleitflüge und der Hangschulung, für die sich die Wanderdönen so gut eigneten, ja längst vorbei ist. Doch für den Thermikflug ist Ostpreußen natürlich nach wie vor ein ideales Revier. Und im litauischen Teil Ostpreußens wird dieser faszinierende Sport ja auch weiterhin betrieben. Sogar im russischen Teil gibt es neuerdings zaghafte Ansätze für die Gründung einer Segelflieger Gruppe. Was bleibt als historisches Resümee? Ostpreußen, das im öffentlichen Bewusstsein allenfalls noch als ehemalige Kornkammer Deutschlands präsent ist und schon damals im Westen häufig mit schwerblütigem Bauerntum assoziiert wurde, war in Wahrheit häufig seiner Zeit voraus. In Wissenschaft und Philosophie, Wirtschaft und Handel und eben auch im Sport. Nicht nur die edlen Trakener Pferde machten mit ostpreußischen Reitern auf internationalen Turnieren Geschichte. Auch der Segelflugsport hat hier seine zweite Heimat. Deine Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020